Good Twitch Germany Content? Alright, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ähm, Brandenburg, Brandenburg Rare. Community Discord, Link ist unter der Beschreibung oder über mein Twitter. Digga, ich hab einen Clip hab ich von Mika schon zugeschickt bekommen, Junge. Mika hat's einfach reingeschafft, ne? Moin, bin der Ben. Und ja, enjoy. Ich finde, ich kann voll die gute Mücke nachmachen. Okay, ich bin gespannt. Moment. Ich hab mit Danny heute im Discord Bildschirmübertragung Cam gemacht und so. Danny hat mir seinen fetten Schwanz gezeigt. Ja, aber ich hab keinen Plan. Wie macht man GameOS Only? Ist es mit Milch oder mit Wasser? Mit Milch! Kann ich jetzt einfach reinstecken? Genau, achso, ich erklär dir mal, wie das funktioniert. Ähm, der Mann hat einen Pimmel? Nein, der ist dick. Achso, den kannst du einfach reinstecken. Warte. Ups. Ich hab's falsch verstanden. Voll Ahnung und so, das war echt... Ja, top. Kriegerer... Was ist das denn? Ach, scheiße, Digga, ich bin in der falschen Ecke mit der Cam, oder? Fuck. Digga, ich hab einfach nicht gemacht, was Ben gesagt hat. Bin ich dumm? Achtung laut. Hast du einen halbwegs sicheren Spot? Äh, ja, eigentlich. Pff, safe. Oh mein Gott, da! Close! Will man zu Leuten verweisen, die Depression haben? Hilft es? No, I don't think so. Aua, nein, hilf mir doch! Warte, okay, das ist ein Mod. Ich dachte schon, es gibt Krokodile jetzt in Minecraft. Hilf mir doch nicht zu, Chase, hilf mir doch! Junge, dieses Krokodile ist ja absolut mies. Look at the window. Look at the window. Oh, Jumpscan coming in three, two, one. Oh mein Gott! So, ich hab mich auch dran gehalten, ich hab mir halt Vorsätze gemacht, Chat, ne? Das, das quasi, dass mein Zimmer auch weiterhin, äh, ordentlich bleibt, sodass quasi, ähm, dass ich quasi einfach... Das schmeckt mir. Hahaha! Denn es ist alles clean! Es ist alles clean! Dachte ich! Aber dann kam wieder, dann kam wieder dieser eine Tag, wo man Post bekommt, Chat. Dieser eine Tag, wo mal wieder Post ankommt und du hast alles runtergebracht, Chat. Du hast den ganzen vorigen Tag alles weggebracht. Nein! Dann kommt wieder mal Post, 5000 Kartons. Chat, ich schwöre, es war nur ein Tag. Ich schwöre, ihr könnt jeden fragen. Mein, mein Reinigstrat, ihr könnt Gia fragen. Es war ein Tag. Das ist alles an einem Tag gekommen, Chat. Was soll ich denn dafür jetzt machen? Wo soll ich das wieder entsorgen? Das hat zwei Monate gedauert. Weniger bestellen. Ach so, just, true, just. Hä? Was, was sagen sie da, mein, was sagt da mein Management? Was, äh, die und die, die und die Firma möchte mir ein Paket zu schicken? Ne, mach ich nicht, weil, ähm, äh, dann hab ich zu viel Pappen. Müll in meiner Wohnung. Stimmt, Chat. Äh, was? Äh, ich bekomm irgendwas schon zugeschickt? Hä? Ne, möcht ich nicht, Digga, sonst hab ich so viel Pappkartons in meiner Wohnung. Stimmt. Ihr habt recht, Chat. Ne, er gibt's Sinn. Danny fährt unkonstanter als der HSV. HSV nicht, äh, ne, komm. Schwimmverein oder so? Ja. Gut, ich bin jetzt genug in, Glaube, diese Poisonblume reingelaufen. Schwimmverein. Schwimmverein. Ich weiß nicht warum, aber ich hab ja... Ah! Oh no! Digga, no way. Ich hab komplett meine Nudeln auf dem T-Shirt. Ein Affe. Dicker, das ist doch, äh, ist das nicht, äh, ein Affe? Also... Kevin, war Panna Cotta? Panna Cotta ist so weiße Quark... War das nicht der Käse in... Tiramisu? Mich an... Ich wüsste das jetzt nicht. Kein Unfall. Trust me. Uff. Uff. Ey, also... Ach, Digga. Bro, warum? Mika war... Ich würde da so auf den Ass kommen. Vanish. Du Arschloch, wirklich. Ich hab das nicht submitted. Sure! Sure ist es nicht submitted. Digga, das hast du 5.000 Mal Ben geschickt. Bitte, bitte, in den Netz rein. Hunderttausend. Du hast es an deinen Freunden geschickt. Jedem geschickt. Ja, Mika sch... Ist einfach so... Ja, Paddy, du hast es auch reingeschickt. Ich weiß es gar nicht. Mika und Paddy arbeiten heimlich immer so zusammen, Digga. Ich war anders noch. Ist das... Das ist ein Typ? Das ist ein Typ. Schiff. Ich muss das nicht behalten. Ich weiß es nicht. No matter what, wenn ich es nicht mehr so mache. Es ist ein Typ! Kannst du was sagen? Willst du mich? Gaggy Hallo? Digga, warum hast du das gemacht? Ja, ein bisschen Challenge Oh, siehst du, ich war nie weg, ich habe vergessen Ketchup mit Mayo gemischt? Hey, ist das denn nicht Senf? Oh, noch einen Monat Auf 140.000 Neue Follower Ich habe auch einen Crush of Papa Blatte Kevin, Heira, Hochzeit Seht ihr das? Könnt ihr es sehen? Das sieht man gar nicht Aber das tut so Das ist ein Vibrator, oder? Gut, das ist so geil Ich gewollt Das ist der krasseste Clip Der Weltchat Also jetzt mal Real Talk So etwas, das ist doch einfach das krasseste, was je passiert ist Dude Nicht gewollt Ich muss sagen Suchen ist immer so ein blöder Das ist nicht Kaiser Wilhelm, Chat Das ist nicht Kaiser Wilhelm, Chat Das ist nicht Kaiser Wilhelm, Chat Der Chef Der Chef Boah, majestisches Majestisches Majestätisch Was Ich esse heute Hier, ich habe so Schokolade hier So, Milka, ganze Haselnüsse Digga, ich Ich habe gar keinen Bock darauf Das schmeckt so So, das schmeckt so nach Schokolade wahrscheinlich Und Achso Wer tötet jetzt wen, hä? Jawohl, mein Bruder muss los Ja, perfekt Digga Er macht mich wirklich als kalt Ich brauche eine halbe Stunde um aufzustehen Ja, lad mal nach Was? Denny? Denny, raus! Meine Freundin Jetzt war es los Guter Clip Cringe, das wären so Zahnarzt-Helferinnen Ja, nice, let's go Aufzug zum Stause Was ist denn Stause? Nicht mal zwei Sterne Ja Versuch mal das mit einer Hand kaputt zu machen Ja Ja Geil aber irgendwie Das ist Runde 1 Du bekommst zwei Anweisungen an deinem Gerät Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Du erhältst Wie süß Oh mein Gott Alter, ich hab mich so erschrocken Oh mein Gott Oh mein Gott Man, ihr wisst wie ich mein Das Wort Sattiger gibt's doch Sattiger? Ihr Pfosten des vollen Pfostens Nein? Na klar Ja Ich gucke jetzt so damit durch das Wort Sattiger Sattiger Das heute gibt's wirklich nicht Das war nicht mal der Das ist ein übertriebener Hit, Junge Holy Shit, Alter Müssen mich grad verarschen? Ratten können springen Roma Junge, aber irgendwie hat das nicht geschafft Diese Ratte oder hat die so runtergefallen Kannst du bitte mal auf diesen Clip reagieren? Geht nur 30 Sekunden Klar Freunde Ne, ich bin nicht dumm Moin Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Wow Überleitung Ne, ich wollte eigentlich sagen, dass ich nochmal pissen muss Ey, bei mir, ich muss, wenn ich pissen muss, dann muss ich so extremst pissen Ja Achso Was, menschliches Ei? Was ist ein Human Egg? Eine Eizelle? Wollen wir nochmal Eizellen? Das ist in Neukölln jetzt anscheinend Das ist das nicht in Berlin Wir waren vorher in Berlin, jetzt sind wir in Neukölln Hä? Neukölln ist ein Stadtteil in Berlin Du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moro Oh nein Primär, die, ähm, Mario, äh, die, äh, 2014? Äh, nein, heute ist Dienstag! Äh, es ist Martes, es ist Martes, ähm, ähm, ähm Let's go! Hahaha, dat'n so! Ey! Ich bin ehrlich, keine Zeit für große Liebe außer für die Jungs Ich bin auf der Baume am Urlaub Auf uns Sonne 30 Grad Die Tage sind zu krass Wuuu! 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 Ob das bei euch genauso ist? Wuuu! I doubt it! Was ist das denn? Nein! Ich tue ihr nicht weh! Der heißt Lama! Au! Alter, war das eine Bowlingkubel? Ich tue ihr nicht weh! Der heißt Lama! Oh, das war doch kein Fußball!